Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die haben uns sicher nicht gehört. Wir gehen durch die Tür. Tut mir leid, Kumpel. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich wollte ins Klo gucken. Alter. Vorne rechts sicher. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Erster Stock. Mir nach. Ich glaube das ist asynchron, aber ist okay. Hier, Stopp. Ja, Sir. Vorgehen. Hoch zum ersten Stock. So, Outlast. Flashback sehe ich jetzt mal. Bewegeung. Linke Tür. Halbz. Ach so, ich weiß jetzt schon. In der Mitte ist es, dass wir uns nicht mehr haben. Wir müssen uns nehmen. Herr, Herr, Herr. Sie sind auf die Kette. Meine Güte und Gott! Oh. Gesichert. Einer tot, einer unbekannt. Verstanden. Vorrücken zum Sichern. Okay. Haben wir das. vor sich links links erstmal hier sichern ich trau dem spiel nicht und das hat verdammt weh ich habe mich wieder ein bisschen verschoben wie so ein kleines bisschen hast du die waffe genommen fehl anzeige zielperson ist nicht hier verstanden kai macht das licht an und seht euch um leute alle bravos sammeln im erdgeschoss kommandeur 3 1 laufwerke und disken ich gebe nicht auf oder negativ sie wollen reden und ich lass ihn gehen Danke. Pass auf Sie auf. T-Haus, mir nach. An alle Stationen. Bravo bewegt sich zum T-Haus für Überprüfung. Vörter, mach auf das. Das ist immer ich. Ach, wie in alten Zeiten. Aber wir sind nicht allein. Wir sind in der Wolfshöhle. Komm, Alex. Ja, ich habe kurz von der Familie eine Nachricht bekommen. Das müsste ich kurz beantworten. Stolperdrähte. Pass auf. Was soll ich denn sonst machen? Langsam. Sie verstecken sich überall. Stimmen. Ruhe! Wirst du das? Nein. Aber sie wissen, dass wir hier sind. Noch ein Stolperdraht. Vorsicht! Wo? Geh, Alex. Ich gebe dir Deckung. Danke für die Deckung. Ich gebe die Deckung. Ah, ah, ah. Witzig. Witzig. Sicher. Gehen wir weiter. Hallo. Fing ihn holen. Kann ich... Ich komme zu dir. Ich dachte, ich hätte die Steps gehört. Ich sehe einen. Den Knysche. Geh nach links. Geh nach links. Augen auf das Dach. Oh, hab mal. Ups. Bei mir ist mein Weg. Kennt linke Seite sicher. Geh nach links. Mitkommt er! Halt mich! Geh nach links. Rechts gesichert. Wir sind sicher. Ich rieche Benzin. Halt mich! Ich rieche in den Arm! Ich rieche. Okay. Wow, wow, wow. Wow. Okay. Bist du verletzt? Mh, ein bisschen. Wow. Nichts gesichert. Wir sind sicher. Ich rieche. Ich rieche Benzin. Ich rieche Benzin. Benzinfalle! Zurück! Bist du verletzt? Nein, nein, nein. Ist okay. Wir müssen daran vorbei. Sieht aus, als könnten wir durchkriechen. Nein, nein. Warum hast du sie hergebracht? Ich wollte herkommen. Geh! Jetzt! Kannst du uns sitzen! Komm mit unter dir! Nein! Dann wird es bis jetzt zu schwer. Zeig dein Gesicht und stirb! Oh! Moment. Halt! Halt! Bist du da! Schau! Knochen! Oh! Oh! Pist du da! Halt! Oh! 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 Das war's für heute. Oh Aïe 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 Achtung Ich hab Schritte gehört. Los! Oh, kann ich nicht durchschießen. What the fuck? Mich erschrecken die Leute mehr als andere. Okay, 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 okay. Wo sind wir hier? Ah, hier, hier, okay. Okay. Nimm das. Du klingst wie ein Kerl, ey. Gut, hier ist nichts mehr. Oh lord. Hui. Das wollte ich jetzt einfach aus Prinzip. Getroffen, bitch. Wo kommst du denn her? Ich drücke vor. Das macht mich voll nervös. Man muss ja echt vorsichtig sein. Man geht echt nicht mehr drauf. Danke. Lass mich hier liegen. Alles gut. Na ja, alles. Alles easy. Guck mal, Fernseher. Macht das Programm nicht. 3106, Sauber. An alle Stationen, hier ist Echo 3-1. Blinde Übertragung. Ziel ist noch in dem Tunnel. Verfolge. Das ist alles. Das ist alles. Lass uns gehen. Das ist gut. 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 Ihr habt's mit eurem Öl. Die westliche Welt glaubt, uns kaufen zu können. Das können sie nicht. Die Supermacht kann man kaufen. Wir sind nur ein Bünder. Wir nehmen Waffen und behalten sie. Für immer. Wir sind nur ein Bünder. Supermacht. Was ist denn nur ein Bünder? Echt? Vorher? Ich bin nur ein Bünder. Da ist Bünder. Los. Ich bin nur ein Bünder. Supermacht. Das ist ein Bünder. Ich mach's weg. Wofür ich hin? Die Wache für das zu sterben, woran man glaubt. Ohne Reue im Herzen zu kämpfen. Ohne Mitleid Krieg zu führen. Das ist der einzige Weg, ein wahrer Krieger zu führen. Unsere Brüder verdient Schadig. Er wacht. Da war noch einer. Wieso kannst du denn hochklettern? Oh verdammt, ich verstehe. Ja, ich geh drauf. Ich hab's schon so weit in die Eindrichtung gefunden. Und da hab ich den mitbekommen. Kommt verdammt, ey. Hey, jetzt starte ich immer auf die Stadion. Stadion? Stadion? Du fahrscheinlich auf der Stadion? Ja. Oh, Leute. Oh, Gott. Das ist doch sehr schwer. Ja. Ich spore und krieg die Räder aufs Maul. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich hab jetzt keinen gesehen. Oh, Leute. Yo. Oh, das ist die Pistole. Das Feuer lodert. Ich muss weg. Na, nicht hier hinweg, ja? Ha. Ich hab's ihn. Ich hab ihn wiederbelebt. Danke, Farah. Hier lang. Machst du das? Ihr scheint weit gekommen, aber was ihr sucht, ist schon weg. Das ist der Wolf. Da vorne. Es gibt nur mich. Und ich bin nur ein Freiheitskämpfer. Timer, er hat eine Weste. Kein Entkommen. Das ist das Ende. Nein, nein, nein. Nicht sein. Er brauchte Hilfe. Er hat große Pläne. Mein Tod wird ihn nicht aufhalten. Nicht mal ich kann ihn jetzt stoppen. Wir werden draufgehen. Es ist zu spät, Commander. Fernzünder. Zählt weiter. Wir können sie entschärfen. Hilf mir. 20 Sekunden. Zerschneide die Drähte, wenn ich es sage. Nicht früher. Bereit. Grüner Draht. In drei, zwei, eins, los. Grün. Weiter. Gelb. In zwei, eins, los. Gelb. Fertig. Der letzte ist... Rot. Es gibt zwei rote. Der obere. In zwei, eins, jetzt. Los! Entschärft. Gut gemacht. Ich habe zuerst gedacht, du droht obere Meister den, den ich zuerst sage. Gute Arbeit. Wer hast du das gelernt? Jahrelange Erfahrung. Zu lange. An alle Station, hier Echo 3, eins, Blende Übertragung. Jackpot. Das primär Ziel ist tot. Alex! Wenn ich es nicht konnte, gut dass du es warst. Schade, dass er nur einmal sterben kann. Danke, Mann. Gute Arbeit. Ich gratuliere. Danke, danke. Doch obwohl wir schon die Gläser klären hören, muss die Feier noch warten. Hardy und seine neuen Freunde sind aktiv. Wo sind sie? Eins nach dem anderen. Niemand sagte, sie sind Freunde. Der General wäre anderer Meinung. Norris, sie sollten das... Sagen sie es, Leswell. Sonst du ich's. Das Kommando hat Farahs Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farahs Truppen jetzt als Feinde. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten sie ihre Leinen schön kurz, Colonel. Sonst was? Sonst hänge ich sie daran auf. Kate, sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Ich lass mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex, nicht. Ich gehe zurück nach Uzikstan. Ich bleibe bei Farahs Armee. Was sie da tun, ist illegal. Wieso ziemlich alles, was wir tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertraue mir. Hab ich ihr mehr.